Ich lerne Deutsch. Nummer 581 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das macht mich sprachlos. Wie konnte das nur passieren? Das macht mich sprachlos. Wie konnte das nur passieren? Beim Kartenspielen gewinne ich immer, weil ich immer ein Ass im Ärmel habe. Eine Anwältin bereitet eine Klage für ihren Mandanten vor. Eine Anwältin bereitet eine Klage für ihren Mandanten vor. Gefährliche Situation im Winter. Bei glätte und schlechter Sicht überholt ein Auto zwei Lastwagen. Gefährliche Situation im Winter. Bei glätte und schlechter Sicht überholt ein Auto zwei Lastwagen. Gefährliche Situation im Winter. Bei glätte und schlechter Sicht überholt ein Auto zwei Lastwagen. Nach einer langen Schicht braucht der Arzt eine Pause und setzt sich hin. Nach einer langen Schicht braucht der Arzt eine Pause und setzt sich hin. Das kleine Elefantenbaby ist erst wenige Tage alt. Seine Mutter und Elefantentanten kümmern sich um sein Wohlergehen. Das kleine Elefantenbaby ist erst wenige Tage alt. Seine Mutter und Elefantentanten kümmern sich um sein Wohlergehen. Das Paar trägt kurze Hosen und Sonnenbrillen. Jeder hat einen Rucksack auf dem Rücken. Das Paar trägt kurze Hosen und Sonnenbrillen. Das Paar trägt kurze Hosen und Sonnenbrillen. Jeder hat einen Rucksack auf dem Rücken. Der Arzt sitzt an einem Schreibtisch und telefoniert mit einem Kollegen. Der Arzt sitzt an einem Schreibtisch und telefoniert mit einem Kollegen. Der Winter kommt. Ist genug Frostschutz in der Scheibenwaschanlage? Der Winter kommt. Ist genug Frostschutz in der Scheibenwaschanlage? Hier sind noch vier weitere Pizzen. Die Kunden haben insgesamt zwölf Stück bestellt. Hier sind noch vier weitere Pizzen. Die Kunden haben insgesamt zwölf Stück bestellt. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ein gesunder Erwachsener verliert pro Tag etwa zwei bis drei Liter Körperflüssigkeit. Wasser hilft, diesen Verlust auszugleichen. Ein gesunder Erwachsener verliert pro Tag etwa zwei bis drei Liter Körperflüssigkeit. Wasser hilft, diesen Verlust auszugleichen. Wasser hilft, diesen Verlust auszugleichen. Ich esse gerne Spaghetti. Spaghetti. Ich weiß aber immer noch nicht, wie man mit Messer und Gabel umgeht. Ich esse gerne Spaghetti. Ich esse gerne Spaghetti. Ich weiß aber immer noch nicht, wie man mit Messer und Gabel umgeht. Ich benutze immer noch einen Mixer, um alle Zutaten zu mischen, aber ich werde eine große Küchenmaschine kaufen. Ich benutze immer noch einen Mixer, um alle Zutaten zu mischen, aber ich werde eine große Küchenmaschine kaufen. Da meine Tochter rosa Steckdosen in ihrem Zimmer hat, hat mein Sohn jetzt blaue gekauft. Ich bin stolz auf mein Pferd. Wir beide haben das Turnier gewonnen. Ich bin stolz auf mein Pferd. Wir beide haben das Turnier gewonnen. Beim Spitzenschneiden ist eine gute Schere unerlässlich. Gute Friseurscheren gibt es in Drogerien oder Onlineshops. Beim Spitzenschneiden ist eine gute Schere unerlässlich. Gute Friseurscheren gibt es in Drogerien oder Onlineshops. Ich bin Mathematikprofessorin und habe schon viele Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht. Ich bin Mathematikprofessorin und habe schon viele Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht. Ich habe früh gelernt, Spaghetti mit Stäbchen zu essen. Bei uns zu Hause ist das ganz normal. Ich habe früh gelernt, Spaghetti mit Stäbchen zu essen. Bei uns zu Hause ist das ganz normal. Ohne eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr kann unser Körper nicht funktionieren. Ohne eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr kann unser Körper nicht funktionieren. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.